Oh, ich gucke kein Fernsehen mehr. Das ist so, das sagt man jetzt immer, ne? Du, ich gucke gar kein Fern mehr, ne? Gar nicht. Das ist schon so eine Art Statussymbol, oder? Es kommt immer zusammen mit so Sätzen wie, du, ich habe gar keinen Sex mehr, ne? Gar nicht. Und mein Schlüpper ist aus Fairtrade Jute, ne?